Hier in der schönen Schweiz, im traditionellen Appenzell, gibt es viele Geheimnisse, welche von ihren Einwohnern gut gehütet werden. Tradition und Moderne treffen hier stetig aufeinander. Dies inspiriert die Menschen hier. Wir wollen einem dieser Geheimnisse auf die Spur kommen. Wie ist es möglich, dass ein Hemdenstoff einen weichen, angenehmen Tragekomfort bietet und gleichzeitig in jeder Alltagssituation von morgens bis abends knitterfrei bleibt? Die Antwort haben wir für Sie bereit. Alles beginnt mit der Baumwolle. Nur seltene und kostbare Baumwolle ist gut genug für unsere Wrinkle-Free-Gewebe. Gerade 3% der jährlichen Baumwollernte genügen unseren strikten Qualitätsanforderungen. Um die natürliche Resistenz und den soften Touch unserer Gewebe zu garantieren, verfügt die Baumwolle über eine Stapellänge von 40 mm. Nur aus ausgesuchten Gebieten in den USA und in Ägypten können wir diese Qualität beziehen. Diese feinsten Baumwollfasern werden nun speziell zusammengemischt, extra lang gekämmt und anschließend schonend versponnen und verzwirnt. Dieses exklusive Verfahren ist die Basis für unsere natürlichen, soften Wrinkle-Free-Gewebe. In unserer modernen Weberei werden nun die Garne zu hochwertigen Geweben verarbeitet. Die Kombination der Gewebekonstruktion und der Garne sind ein weiterer wichtiger Eckpfeiler für resistente und atmungsaktive Wrinkle-Free-Gewebe. Dies erfordert langjähriges Know-how und einen speziellen Maschinenpark. Die moderne Wrinkle-Free-Ausrüstung wurde vor 35 Jahren in der Schweiz entwickelt und stetig weiter verbessert. Die feinen Gewebe unterlaufen nun bis zu 36 einzelne Ausrüstungsschritte, damit sie den Anforderungen an die Waschbeständigkeit, Reißfestigkeit und Scheuerfestigkeit höchsten Standards genügen. Dabei bleibt immer im Mittelpunkt, dass die Natürlichkeit der Baumwolle nicht verloren geht. Wir testen jeden einzelnen Produktionslot, damit Sie mit unseren Geweben sicher gehen können, dass sie immer top aussehen. Sie können Hemden mit unseren innovativen Wrinkle-Free-Geweben bis zu 30 Mal waschen. Ein kleines Geheimnis noch, unsere Gewebe werden mit jedem Waschgang noch weicher und angenehmer zu tragen. Und hier noch einige Pflegetipps. 5 bis 6 Hemden. Innen nach außen kehren. Bis 60 Grad. Beim Schleudern 600 bis 800 Umdrehungen wählen. Wäschetrocknerprogramm bügelfeucht oder am Bügel aufhängen. Für perfekten Look können die Nähte noch kurz gebügelt werden. Diese Natürlichkeit des Gewebes garantieren wir auch mit den höchsten Zertifikaten für umweltfreundliche Produktion. In dieser wunderschönen und gesunden Umgebung fällt es uns leicht, umweltfreundlich zu produzieren. Es ist kein Geheimnis, dass unsere Gewebe hervorragende Performance haben. Sei es in Bezug auf die Reißfestigkeit, die Nahtschieberfestigkeit, die Scheuerfestigkeit, das Entknitterungsverhalten, eine Waschbeständigkeit von 30 Waschgängen und natürlich alles aus einer ökologischen Produktion. Und es ist kein Geheimnis, dass die Hemden auch nach einem langen Tag noch sensationell knitterfrei sind. Konnten Sie das Geheimnis lüften? Das Geheimnis heißt Wrinkle-Free-Gewebe von Weber. Weber Swiss Identity Fabrics. Ihr Schweizer Partner für feinfädige und natürliche Wrinkle-Free-Gewebe für Hemden und Blusen.